Für den 15. August schauen wir uns mal an, was wir aus dem Krafttier-Orakel bekommen. Was gibt es für den 15. August? Mei, wie schön, wir haben die Katze. Also, hier steht innere Weisheit, geistige und kreative Entfaltung, starker siebter Sinn, Sinn, Selbstbestimmtheit, Sanftmut, Klugheit, Stolz und scharfe Beobachtungsgabe. Wunderbar, also du hast offensichtlich einen super siebten Sinn oder sechsten Sinn oder achten Sinn oder wie auch immer. Und du kannst Dinge einfach erspüren. Du siehst vielleicht auch Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Du schaust aufs Detail, du siehst Dinge aus einer anderen Perspektive. Und wir wissen alle, die Katzen sind gern irgendwo oben. Die sitzen gern auf dem Baum oder ganz oben auf dem Schrank und schauen nach unten. Das heißt, du willst auch den Überblick bewahren heute. Ich wünsche dir damit einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!